Don't talk, baby. Du willst kaufen? Ich will verkaufen. Machen wir Geschäfte. Aber gläubig. Tu, was du nicht lassen kannst. Ich sollte eine bessere Marge bekommen. Verkauf nicht zu viele davon. Ich mach heute pünktlich Feierabend. Okay, dann mal los. Ach, sieh mal einer an. Immer für ein Accessoire gut. Sieh dir das an. Sieh dir das nur an. Was? Du willst einfach los? Wie wär's mit doppelt oder nichts? Ich nehme an, du bist ein weiterer zufriedener Kunde von mir. So was hab ich lang nicht gesehen. Zumindest nicht in diesem Zustand. Das Doppelte wird entdoppelt. Das Doppelte wird in diesem Zustand. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. If it's fake